Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Hast du einen Schreibtisch? Ja, ich habe einen Schreibtisch aus Holz. Wie groß ist dein Schreibtisch? 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 Er ist 1,80 Meter breit, 1 Meter hoch und 1,30 Meter tief. Was befindet sich auf deinem Schreibtisch? Was befindet sich auf deinem Schreibtisch? Was befindet sich auf deinem Schreibtisch? Auf meinem Schreibtisch liegen Wörterbücher, Papier und Bleistifte. Auf meinem Schreibtisch liegen Wörterbücher. Wie oft benutzt du deinen Schreibtisch? Wie oft benutzt du deinen Schreibtisch? Wie oft benutzt du deinen Schreibtisch? Ich sitze jeden Tag an meinem Schreibtisch. Ich sitze jeden Tag an meinem Schreibtisch. Ich sitze jeden Tag an meinem Schreibtisch. Was machst du an deinem Schreibtisch? Was machst du an deinem Schreibtisch? Ich lerne Deutsch an meinem Schreibtisch. Ich lerne Deutsch an meinem Schreibtisch. Ich lerne Deutsch an meinem Schreibtisch. Hörst du gerne Musik? Ich lerne Deutsch an meinem Schreibtisch. Hörst du gerne Musik? Ja, ich lerne Musik? Ja, ich lerne Musik. Ich höre sehr gerne Musik. Gehst du auch auf Konzerte? Gehst du auch auf Konzerte? Ich gehe jeden Monat auf ein Konzert. Ich gehe jeden Monat auf ein Konzert. Ich gehe jeden Monat auf ein Konzert. Wann warst du zum letzten Mal auf einem Konzert? Ich war vor zwei Wochen auf einem Konzert. Ich war vor zwei Wochen auf einem Konzert. Ich war vor zwei Wochen auf einem Konzert. Welche Band hast du dir angesehen? Welche Band hast du dir angesehen? Ich habe mir ein Konzert von Dota und die Stadtpiraten angesehen. Ich habe mir ein Konzert von Dota und die Stadtpiraten angesehen. Es war einfach unglaublich. Es war fantastisch. Es war einfach unglaublich. Es war fantastisch. Ich bin ein Konzert. Ich bin ein Konzert. Ich bin ein Konzert. Hast du einen Konzert? Ja, ich bin ein Konzert. Ja. Ich bin ein Konzert. Ja, ich bin ein Konzert. Ich sehe jeden Tag zwei Stunden fern. Ich sehe jeden Tag zwei Stunden fern. Ich sehe jeden Tag zwei Stunden fern. Welche Sendungen schaust du dir an? Welche Sendungen schaust du dir an? Welche Sendungen schaust du dir an? Ich sehe gern den Fernsehsender Arte und gute Filme. Ich sehe gern den Fernsehsender Arte und gute Filme. Auf Arte gibt es viele interessante Dokumentationen und Berichte. Auf Arte gibt es viele interessante Dokumentationen und Berichte. Auf Arte gibt es viele interessante Dokumentationen und Berichte. Welchen Film hast du als letztes gesehen? Welchen Film hast du als letztes gesehen? Welchen Film hast du als letztes gesehen? Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Gegen die Wand von Fatih Aken. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Gegen die Wand von Fatih Aken. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Gegen die Wand von Fatih Aken. Wie oft siehst du fern? Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Ja, gestern habe ich einen Regenbogen gesehen? Ja, gestern habe ich einen Regenbogen gesehen. Ja, gestern habe ich einen Regenbogen gesehen. Ja, gestern habe ich einen Regenbogen gesehen. Es hatte geregnet und danach schien die Sonne. Es hatte geregnet und danach schien die Sonne. Anschließend konnte man einen großen Regenbogen über Berlin sehen. Anschließend konnte man einen großen Regenbogen über Berlin sehen. Anschließend konnte man einen großen Regenbogen über Berlin sehen. Gefallen dir Regenbogen? Gefallen dir Regenbogen? Gefallen dir Regenbogen? Gefallen dir Regenbogen? Ich finde Regenbogen sehr schön. Ich finde Regenbogen sehr schön. Manche behaupten, wenn man einen Regenbogen sieht, kann man sich etwas wünschen. Manche behaupten, wenn man einen Regenbogen sieht, kann man sich etwas wünschen. Manche behaupten, wenn man einen Regenbogen sieht, kann man sich etwas wünschen. Ich wünsche mir nur etwas, wenn ich Geburtstag habe. Ich wünsche mir nur etwas, wenn ich Geburtstag habe. Ich wünsche mir nur etwas, wenn ich Geburtstag habe. Beschreibe mir bitte einen Regenbogen. Beschreibe mir bitte einen Regenbogen. Beschreibe mir bitte einen Regenbogen. Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Hast du einen Regenbogen gesehen? Ja, ich habe einen Tintenstrahldrucker. Ja, ich habe einen Tintenstrahldrucker. Nein, ich habe keinen Drucker. 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 Wir haben in der Universität einen Leserdrucker. Wir haben einen Fotokopierer, das Fotokopiergerät. Wir haben einen Fotokopierer. Wir haben einen Fotokopierer, das Fotokopiergerät. Wir haben einen Fotokopierer, das Fotokopiergerät. Wir haben einen Fotokopierer, das Fotokopierer, das Fotokopierer, der Fotokopierer 않은 Fotokopier. Ich muss jede Woche 20 bis 30 Seiten ausdrucken. Meine Druckerpatrone ist leer. Meine Druckerpatrone ist leer. Meine Druckerpatrone ist leer. Ich suche einen Treiber für meinen Drucker. Ich suche einen Treiber für meinen Drucker. Mein Drucker ist kaputt. Mein Drucker ist kaputt. Mein Drucker ist kaputt. Wohnst du in einer Stadt oder in einem Dorf? Wohnst du in einer Stadt oder in einem Dorf? Ich wohne in einer Stadt. 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 Einige meiner Freunde wohnen in einem Dorf. Ich wohne in einer Stadt. Ich wohne nur in einer kleinen Wohnung, bin aber glücklich in der Stadt. Ich wohne nur in einer kleinen Wohnung, bin aber glücklich in der Stadt. Ich gehe ins Theater, ins Kino, zu Buchlesungen und Konzerten. Ich gehe ins Theater, ins Kino, zu Buchlesungen und Konzerten. Ich gehe ins Theater, ins Kino, zu Buchlesungen und Konzerten. In der Stadt kann man das kulturelle Leben mehr genießen. In der Stadt kann man das kulturelle Leben mehr genießen. In der Stadt kann man das kulturelle Leben mehr genießen. Im Dorf kann man die Natur mehr genießen. Im Dorf kann man die Natur mehr genießen. Bist du erkältet? Bist du erkältet? Ja, ich habe mich erkältet. Ja, ich habe mich erkältet. Ja, ich habe eine Erkältung. Welche Symptome hast du? Welche Symptome hast du? Welche Symptome hast du? Mir tut der Hals weh. Mir tut der Hals weh. Meine Nase ist verstopft. Meine Nase ist verstopft. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Welche Symptome hat eine Erkältung? Ich habe Kopfschmerzen. Welche Symptome hat eine Erkältung? Was soll man bei einer Erkältung machen? Was soll man bei einer Erkältung machen? Was soll man bei einer Erkältung machen? Trinke viel Tee. Ich habe Kopfschmerzen. Trinke viel Tee. Ich habe Kopfschmerzen. Heute trage ich meine Lieblingssachen. Heute trage ich meine Lieblingssachen. Ich trage eine dunkelblaue Jeans. Ich trage eine dunkelblaue Jeans. Ich trage eine dunkelblaue Jeans. Mein T-Shirt ist weinrot. Mein T-Shirt ist weinrot. Meine Schuhe sind schwarz und aus Kunstleder. Meine Schuhe sind schwarz und aus Kunstleder. Außerdem trage ich eine dicke Winterjacke. Außerdem trage ich eine dicke Winterjacke. Außerdem trage ich eine dicke Winterjacke. Was hast du heute angezogen? Was hast du heute angezogen? Welche Kleidung ziehst du dir am liebsten an? Welche Kleidung ziehst du dir am liebsten an? Welche Farbe hat deine Hose? Welche Farbe hat dein Hemd? 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 Bastelst du gerne? Bastelst du gerne? Bastelst du gerne? Ja, ich bastle sehr gerne, vor allem im Herbst. Ja, ich bastle sehr gerne, vor allem im Herbst. Mit wem bastelst du? Mit wem bastelst du? Mit wem bastelst du? Ich bastle mit meinen Eltern. Ich bastle mit meinen Eltern. Ich bastle mit meinen zwei Kindern. Ich bastle mit meinen zwei Kindern. Ich bastle mit meinen zwei Kindern. Was bastelt ihr? Was bastelt ihr? Was bastelt ihr? Wir stellen kleine lustige Figuren her. Wir stellen kleine lustige Figuren her. Außerdem basteln wir Geschenke für Freunde und Verwandte. Außerdem basteln wir Geschenke für Freunde und Verwandte. Wann hast du das letzte Mal gebastelt? Wann hast du das letzte Mal gebastelt? Wann hast du das letzte Mal gebastelt? Freust du dich über gebastelt? Freust du dich über gebastelte Geschenke? Freust du dich über gebastelt? Es gibt verschiedene Arten von Lampen. Es gibt verschiedene Arten von Lampen. Neben meinem Sessel steht eine Stehlampe. Neben meinem Sessel steht eine Stehlampe. Neben meinem Sessel steht eine Stehlampe. Sie ist zwei Meter groß. Sie ist zwei Meter groß. Sie ist zwei Meter groß. Auf meinem Schreibtisch steht eine Tischleuchte. Auf meinem Schreibtisch steht eine Tischleuchte. Auf meinem Schreibtisch steht eine Tischleuchte. mit dem Symbol. Sie ist zwei Meter groß. Es braucht wenig Platz. Auf meinem Nachttisch steht eine Nachttischlampe. Auf meinem Nachttisch steht eine Nachttischlampe. Sie ist ungefähr so groß wie die Tischleuchte. Im Wohnzimmer hängt ein Kronleuchter. Im Badezimmer leuchtet eine Neonröhre. Im Keller habe ich keine Lampe, dort ist es dunkel. Im Keller habe ich keine Lampe. Dort ist es dunkel. Im Keller habe ich keine Lampe, dort ist es dunkel. Im Keller habe ich keine Lampe. Im Keller habe ich keine Lampe.